so im vorken joe heilig ist er müsste ganz mein Name ist er für den Bekommen zu einem weiteres Pandora 2 Video und ja mit dabei ist auch der Sigi ja ich bin hier schon der mit 92 und Sigi ist schon der mit 150 der kleine Freak hier die Sucht die hat mich da richtig gesuchtet und ja ich habe mir mal überlegt wir gehen hier auch mal fahren und wir gehen die da hier jetzt mal zerstören wenn man ich komme dir mal zugegen ich bin schon 2 ich weiß nun weißt du das weil ich dich sehe mein Gott das ist ein kleiner Laumann er kann nichts wer ich der Sarina müsste ich habe kein Militärgutschein ja scheiß doch und ich habe eh gar keinen ich habe ihn für eine gewisse ja ich wollte euch noch was zeigen mobiles Lager ein paar coole Waffen wie die aussehen einfach alle Mann und dann noch diese genau das hat man die pvp russie und dann erwarten habe ich halt dass er hier also ich glaube dass es weniger ist er hier dann dies eine schwert ist komische schwert ist richtig dünn die manche am meisten dann ist er so wie ein weißes mss und dann auch hier die schwert ist ich habe ich habe ich habe es aber ich habe es aber sogar hat er mal ich habe da etwas bisschen gefahren ist nicht ganz schön drei dann nervt niemand und gut schwul 9 nichts erschöpft wird es nicht stellen zu stellen die sich da kann man auch wechseln die wir noch einfach manchmal verpackt es sich ja manchmal ok bei mir auch nicht gehen auch was ich habe nicht genug mp da steht nicht genug mp lol ja ok ich habe euch nie mp tränke mit dabei ich gebe dir jetzt mal ein paar ich brauche nur das und hier noch das habe ich schon aber so ist ein spart dass es sich hier geben heute in der warte sie klinken und es gibt die was im jahr ergeben muss ja weil ich die Wette gewonnen habe natürlich immer doch ich habe die Wette gewonnen ja es sind weitere Schwerter in unserer Sammlung man kann ja zu warten hier noch ein cooles aber nicht zweimal mal schauen wie es aussieht oh ja das gefällt mir oh ja das gefällt mir richtig aus pvp hallo 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 ok seine verbindungszeit abgekackt hallo ich mache jetzt ein duell ja genau ich muss meine rüste noch wechseln hier habe ich der rüste die das und ist ja nicht nur noch ausweichen davon tun das gab es abgestürzt mein gott übertreibt doch nichts nicht weil ich bitte zule jemalig versagen deshalb wird sich jetzt hier auch ja nebenan meine güte du bist du so falsch versagerin versager okay ruf jetzt mal wieder an jetzt kannst du anrufen versager immer mehr mit deinen schutz verbindung um Joko okay wo man nicht bekommen weil dieses ist Nürnberg Monoppo und dass ich kommen und er hat mich erkenne ich erkenne ich erkenne es sind Weissteilplatten weißen Plattentanzer er weißen Plattentanzer so das war das nicht immer wichtig in und bei meiner Dänen wenn man hat Schaden er ist immer aus dem Ort er habe ich aus Fußball bekommen U.H. in den nächsten ja okay dann die ich das ist aber ich sind die Gänze wegen ich finde es wird die Gertenswerte abwählen Prozent mehr ist es nicht die Gertenswerte Nürnberg Was? Du gegen meine Xiaomi? Ja komm Dann muss ich Equipment drüber tauschen Ja scheiß drauf, machen wir so Ich hab noch kein Ding Ja egal, komm Ich hab auch nichts Na gut Ich hab noch immer Nuller hier Ding Na gut, komm Ach so, okay Okay, ich glaub es geht auch weiter und dann tot Nee, so gut auch nicht Ja, es gibt mir hier Farmen Ich hab echt zu viel Dev bei meinem Buff Bei mein Scham, nicht meiner Scham, sondern mein Mori Viel zu viel Dev Ja, natürlich Weil du brauchst mir zu viel Ich hab auch nicht viel Dev, ich mach nicht mehr Dev-Stein rein Ich hab auch kein Dev-Stein rein, aber ich hab ja P.V. und ich hab Mit meiner, mit meinem Schild und mit meinen Ohringen schon insgesamt fast 900 Dev Ich hab sogar einen Nuller 20 ab, ja Insgesamt wenn ich halt alles full Dev-Stein Was ist das für ein Schwert, was du jetzt gerade hast? Zehn Schwert Ja? Zehn Klinge Ja? Ja, da ist da 100er, wie macht's mir das jetzt? Item Shop Du musst jetzt gleich eigentlich warten, da bekommst du 5k Coins Morgen auch Ja, okay Dann hast du schon 10k Was ist dein Schami für ein Stab, Maul? Was ist das für ein? Drachen Maul Klinge Drachen Teufels Klinge Okay, machen wir mal zusammen diese Feuer der Macht Ja, okay Du musst dir aber zuerst schlagen, ansonsten drobst du nix Ja, okay Gib mir einen Buffs Drachen so Hast du Jo, sehr gut Lass es dann gleich leveln gehen Ja, ja So Leute, es wird jetzt auch heute nur so einen 10-Minuten-Part Da ist dann halt Ähm, ja Jo, Leute, hier wieder zurück, so für den ganz kleinen Cut, man Ähm, ja So Ähm Ja, ich kann auch noch kurz, ähm Wenn das Video fertig ist, kann ich euch zeigen, was ich auf meine Wand drauf gehängt habe Ist eigentlich sehr, sehr geil, so Ähm, Tupac, so als Riesenbildschirm Oh, cool Verhexen Wo soll ich das rein tun? Äh Äh Ah Es hat eine Militärhalskette, 6.7. Boni Ich Smartsteilpanzer, soll ich da rein tun? Nein, 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 da rein nicht Warte, warte, komm mal her Komm mal her Du Da In deiner Militärhalskette Monster rein switchen, muss zehn Monster rauskommen Okay Dann ist gut Ach so, das sieht man an Musst du anziehen Sei nicht militär, das ist anders Millionärshalskette Ja, genau Ach so, rein switchen Warte Wieso verbunden die switche, aber wir könnten auch tauschen die krase Sachen eigentlich Wir können auch sehr schnell die r-farmen und sehr schnell young, dass wir dann die tauschen können so Kritt und die Wirklichkeit 2MP stärker und durchbohren Nö u Bewege und MP für alle weg Schade ich habe ich war ich wollte es nach dem Geräuschen Jürgen und ich habe noch nicht so ist um genauer sie das in Aktionshausleute schaub gibt es schwer zu wenig aus der Führung der Säge nicht so lange wird es sich kostenlos und sie 60 DSS mit den Segen da gibt es auch Schilder was schauen wir mal ich bin nicht schilder Drachengott Schild das will ich haben du hast auch so ein Schilder oder nicht? Nein, das ist Drachengott Ja, das ist ein roter Drachen Ich bin wieder zurück Leute ich schaue ich flippe nicht so aus man jedes Mal kommt irgendein Depp hier rein mein Vater, mein kleiner behinderte Bruder, meine Schwester, meine Mutter, meine Schwester, meine Schwester es macht dir immer weniger Bock hier Videos zu machen ich schaue es macht einfach keinen Spaß mehr wenn dir irgendwelche Leute rein kommen, stören dich und dann musst du immer alles wegschneiden und so ich war immer ungestört 15 Minuten, wie die Mann, nein, das kommt immer nur ein behinderter rein, Mann das kommt auch weniger Videos von mir auch aus das macht aber kein Pfannen mehr ich sag dir, ich höre es wenn du so Videos machen und ich komme immer in einer rein, alter ich schwör, meine ich meine ist immer willkommen, Alter, es kommt gar kein Depp mehr rein ich habe ein kleines Geschenk für dich die kannst du als Trost öffnen noch eine hier blauer Tod als Trost, okay, was bekommt da? Pferdemedaille sie sind Messer, plus 9 und warte, wo ist noch eins ich finde es gerade nicht da schwarze Kleidung, plus 9 nice meine Schami ja, meine Schami braucht es hier gibt es meine Schami ich habe da Mori gegeben ah, Mori manche mit Teilen, ich spielte Monster, plus 9 müsste dich jetzt erwähnen noch nicht du musst es mal nur 95 werden schiebt ja, ich weiß mal hier noch diesen dämlichen Stein dann war es das jetzt auch mit dem Video, Leute weil das nicht so ein spektakuläres Video mal einfach so ein bisschen Pandora gezaukt ja, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen auch wenn so viele Katzen mit dem Video gab es ja, durch Personen, die einfach nur nerven und ähm weil wir machen jetzt noch diesen Stein ich denke, sehr schnell und jo, und jo, Leute viel Spaß beim Zocken lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal ciao